Yo, moin, herzlichen Punkten zum Laden gegeben auf meinem Kanal. Nein, ich fährst euch mal ausmachen. Haben wir doch zu thrift? Nee, es geht nur ein, es thrift wenn... Ich fang erstmal an, weil... Oh, okay. Du weißt nicht, wie die Autos da ausraßen... Alter, wie wird deine Kamera da... Mein Bruder sieht fast aus, fast wie meine Kamera, wie deine Kamera. Nee. Wir haben den Jeff Gordon 2011. Was so super an dieses Auto ist, zeig ich euch gleich. Also es geht immer in meinem Video, also kommt auf meinen Kanal. Tja, Bro, das Gas-Betal geht fast nicht mal. Ja, meine ich ja bei denen. Dass bei mir irgendwie die Gasprobleme nur so weit fahren. Ja, was ist das denn? Er weiß nicht. Das ist Zeit-Trend? Das ist Zeit-Trend. Ja, gewisse Mutzlash. So, da sind wir wieder. Ja, jetzt habe ich Zeit-Trend gemacht. Ja, wie stell ich nämlich deine Kamera auf? Ich weiß meine, die ist scheiße. Was ist da unten in der Ecke eigentlich? Na ja. Aber ja, wie ihr seht, Leute. Ich bin schon mal da langer düst. Das ist ja immer 20 Uhr, 20 Uhr, 20 Uhr, 18 Uhr, immer nur nachts. Komischerweise. Ich war nie tagsüber. Da war ich auch zeitgeber unterwegs, man. Ja. Ja, mit mir draußen. Nee. Ja, tja. Warte jetzt. Kann ich gut? Nee, geht ja nicht. Warte, Leute, zeig ich euch mal, was das Auto kann. Okay, chill, chill, chill. Ja, ich wusste es. War geplant. Ja. Es ist schon mal die Seite eingedellt. Super. Es ist echt schön. Drei, drei, zwei, eins, los! Höh, krab, Olaf. Halt, hab ich abzulegen. Jetzt kommen die Drift-Core. Ja, du ja. Ja, nicht schon. Jetzt. Jetzt. 44 Punkte, super. Ja. Mal sehen, viele Punkte. Höchstens war es schon. Alles klar, du bist. Ich kann gar nicht drücken. Du kannst drücken. Du kannst drücken. Nee, kann ich nicht. Ach ja. Wie denn? Na, wie du Gas und Bremsen machst. Ich lasse die Kräfte so reinscheißen. Ich muss bremsen dann. Ja. Junge. Warte, ich war nochmal neu. Geht nicht. Doch, geht? Nee. Doch. Was ist das, Alter? Irgendwie mal. Wir sind ganz YouTube-viele auch, Blöckor. Alter. Ah, Wunder, drei Punkte. Machen wir nochmal neu? Ah, warte. Ah, warte. We did it. Ah. Aua. Ach, warte. Alter, eigentlich ein Drift durchziehen. Ah, warte. Ja, warte. Du guckst nicht mehr, was du? Ah, warte. Hundert, drei Punkte. Oh, Herr. Oh, hundert, drei, Junge. Hundert, drei. Junge. Junge. Das wär ich, Mann. Ich geh mal auf Toilette. Ernst? Was ist denn? Ja, Leute, wir können mal kurz warten, bis das Herz immer wieder da ist. Qu-qu-quill, oder? Ja, warte. Warte. Mein schöner Hakerzchen fitzen. Langsam verheiratet, oder? Ja, mach mal zu, zu. Okay, so Leute, ich hab das Video schon gestartet. Los. Wieder neu? Nein, ich hab weitergemacht. Joa, das steht noch gar nicht. Alter. Einmal muss das malgeben werden, oder? Einmal zehn, zwei. Ach! Hä? Warum so nix? 414! Zehn, zwei, fünf! Da doch nicht mehr! Ja, wieso ich das hinkriege? Ich! Ich! Unten! Alter! 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 Was? Du siehst so viele Inke und Haarzüge! Leid, du! Sieht man das? So sieht man die neue H&IK Züge Ja generell, ich hasse Driften! Ja, was? Ja, wo muss denn sowas gehen denn? Warte, dann dreht alles so aufgeregt Alter Was denn? Ja, leck mich doch Ich kann nicht driften, weiß ich nicht Was denn? Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Tschüss